Ja, hey Willkommen, mein Name ist Daniel L.P. und ich begrüß euch zurück zu Let's Play Blade Kitten, Folge 2 von was weiß ich wie viele noch. Und ich habe gerade herausgefunden, wenn man sich langsam irgendwie dreht, dann macht man doch nicht was. Ich dachte, egal. So, ähm, ah, boah, fängt geil an. In der letzten Folge wurde uns Kid Ballard vorgestellt, eine Kopfkartiererin, die, ach, hier kann ich reden, okay. Hey, auf der Suche nach irgendeiner, äh, weiß ich nicht mehr, wie die hieß, ist. Jedenfalls war da eine fette Belohnung und die wollen wir haben. Da war da so eine blonde Tuste, die unser Raumschiff in der Luft gejagt hat und unseren Schüssel geklautert und das fand ich überhaupt nicht gut. Deswegen hassen wir sie, ja. Glaube ich. Weiß ich nicht, vielleicht kennen sie sich, ja, oder auch nicht. Weiß man ja nicht. Nein, 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 abgelehnt. So, jetzt, jetzt möchte ich da auch. Wir sind übrigens immer noch in den ersten Level. Also, mindestens diese Level hier schaffen. Ach, boah, wollte ich schon sagen. Wäre schon gut. Ach, hier ist dieser Ort. Der erste Level-König, ja, übrigens. Deswegen weiß ich noch so ein bisschen. Aber das ist auch schon ungefähr ein halbes Jahr her oder so. Und irgendwo hier war so ein Ort, wo man hochspringen konnte und... Und da konnte man irgendwie irgendwo ran. Aber das habe ich nie geschafft. Versteht ihr? Jetzt ist eindeutig alles klar, ne? So, oh, was? Noch mal Checkpoint. Warte, bitte, bitte. Fast. Sehr gut. Was sind dann hier oben, wenn es da schon weitergeht? Wenn natürlich so viel Kohle wie möglich einleitend sind, wer weiß, wofür wir die brauchen können. Weiter als... Wo kommst du denn auf einmal? Na ja. Gut, dass ich einfach so da einen absehe, was ist denn da? Oh, da oben ist auch geiles Zeug. Da ist doch Truhe. Da komme ich doch bald hin. Na. Aber alles kaputt, auch, ne? Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, wenn so ein fließendes Schwert hier die ganze Zeit um mich herumkreist. Da muss das irgendwo sein, ne? Boah, geil. Sehr gut. Lohnt sich. So, alles klar. Dann gehen wir mal... Ups. Hier war da irgendwie, da konnte man irgendwie springen, ne? Ja, da. Aber da kann ich irgendwie nie hin und die ganze Zeit klingt geil, das Telefon, aber ich gehe noch nicht dran. Es ist 21 Uhr, das ist viel zu spät. Und wichtig kann das sowieso nicht sein. So. Blup, 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 blup. Ich glaube, da hört man jetzt nicht zu laut. Hey, na? Was war das? Oh. Ich spüre ein Stechen in meinen Fuß. Oh. Na gut. Oh. 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 Ja. Ich habe das nicht mehr mitgenommen. Aber ich kann auch die Welten nochmal hier, also Stages nochmal, besuchen. Hoffe ich. Im Hauptmenü stand ja irgendwie was von Level 1 oder Stage 1 oder irgendwie so mal abgeschlossen. Deswegen. Vielleicht hat es was damit auf sich. Warte mal, da kann man noch locker hochköttern. So, dann komme ich da hin, ne? Ja. Ja. Ohohoho. Gib mir das. Gib mir das. Danke. Und weiter. Ohohoho. Geil. Wir sind viel wert, deswegen sammeln wir sie. Und, okay. Boah. Was ist das? Boah. 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 Super Secret Treasures. Irgendwie das gefühlt. Ich tue schon viel zu viel entdecken, als ich vielleicht sollte. So mein erstes Mal bei diesem Spiel. Ja, okay. Erstmal ist es. Brauchbar. Oh. Goldfish. Aber. Erstmal, dass ich das Spiel spiele. Oh, wenn ich jetzt. Mach wieder hier. Okay. So. Haben wir schon mal ganz noch ein Geheimnis zu entdeckt. Oh, ist es. Hi, na? Dann kommt, schieß auf mich. Mach was dagegen. Nein. Ich war trennen. Danke. Und. Und. Da ist ja unten. Oh. Verdammt. Warte mal. Ich kann auch. Mit Kreis. Das war sehr gut. Ja. Boah. Was? Wo? Oh. Jetzt sind auch kein Mist. Ich habe auch keine Klinge. Das Spiel heißt ja nur Klingen Kätzchen übersetzt. Meine Güte. Alles klar. Dann. Hier runter. Oh. Okay. Ah. Ja. Aber da komme ich doch jetzt nicht lang. Ja. Und ich. Okay. Kann ich nicht hin. Ist eine andere Auge deaktiviert? Oh geil. Ding Ding. Sehr schön. Ich glaube sehr lang ist die Level auch gar nicht mehr von dem was ich mich noch erinnern kann. Kann er es wagen. Und. Hier. Kam ich her. Das steht immer noch so ein Typ. So. Sehr gut. So. Ich weiß mal immer noch nicht mal da unten nutzen kann aber egal. Ich kann es ja nochmal zurück gehen und da irgendwas aktivieren aber lass mal was. Hey na. Pull over it voll drauf. Ja. Ja. Ich auch. Sehr gut. Jetzt sind die Gegner eigentlich noch einfach. Aber ich bekomme irgendwie gar nicht mal so wenig Schaden. Finde ich jetzt. Das sieht schon wieder richtig aus. Darum ist was. Hey na. Das ist die Truhe. Die will ich. Ich will sie unbedingt haben. Ich gehe nicht weg. Nein. Na gut. Na warte. Da komme ich nochmal zurück. Ich hoffe es. Oh. Ähm. Da. Da. Okay. Oh. Und noch ne Truhe. Ich gehe reich raus. Kann ich da. Ich. Rumschummeln. Oh. 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 da war es hat mir vielleicht den komik mal anschauen so wenn ich schon das spiel spiele ich weiß nicht ob ich mir irgendwie oder ist was aber da komme ich so nicht hin ich weiß nicht ob ich mir an irgendwann spoilern würde oder so vielleicht der comic vielleicht hat er genau die gleiche handlung wieder spiel dann habe ich mir das ganze spiel auf die freunde der auto die angreifen ich habe fliegende schwerte wollte eigentlich haben wir nicht so jeder ich habe ausgefallen dass sie gegen das zu euch ja gut hat mein schwert auch sachen einsammeln kann ja weiter ich habe gerade erledigt wird schon sagen ich werde noch einmal konnte ich nicht gerade noch mal kaputt machen egal schwert macht sachen kaputt ich bin irgendwie so nach oben bewegt ohne mich zu bewegen ja mit dem spring habe ich noch nicht so drauf ich kann mir nicht vorstellen andere wasser bekommt sonst wird das spiel das spiel irgendwie weil ich weapon kippen heißen was weiß ich wir kommen allein macht keinen unsinn hier und hier rutschen hier rutschen sieht nichts aus einfach mal gespawnt als pause gemacht habe oder wie ja das ist ein goldfisch und ne ihr habt keine chance gemein ich hau alles kaputt kampfstil da kann ich nicht hoch doch kann ich als bünder das ganze kunde macht so spaß stylisch ja diese rutsche muss sein es wird sich ganz so episch wo ist sie verdammt wir sind klug ja komm auch was haben wir denn da da kommt doch gar nicht dran ja damit ja damit dann nicht ich schaffe es immer nicht eher anzugreifen kontakt hat er nach keine chance für meine überlegen und strategien ich möchte gerne wieder nach oben in danke das heißt mir sehr freundlich aus oh gott ow ow nein 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 ja ok kann doch kaputt machen nur was ist ein andere Typ das heißt man kein vertrieb kein frittiertes kätzchen aus mehr machen bitte sehr schön wir sind wieder da oben und drücke jetzt x2 mal und dann drücke gleichzeitig vier und l nach unten um die und mit karacher auf dem boden zu stampfen tolle methode unter dir liegen die dinge zu zum beispiel köpfe ich mag köpfe zerschnitten okay ja ich weiß auch dann nicht hm na da ist slow motion ja ich muss jeden gegner hier begrüßen ich muss jeden gegner hier begrüßen ne die nötigkeit muss da sein ja jetzt kann ich dadurch sehr schön oh ich war schon da ok irgendwann wird mich das umbringen ich weiß jetzt aber das ist es wert ok da oben möchte ich hin verdammt so dann beim sohlein ja die springt automatisch an ich muss gar nicht l2 drücken da sind mir jetzt schwer vermisst hey nice wird vielleicht nach oben war 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 naja 4 Prozent geben wir mal dran wir schon mal auf das hinausläuft irgendwelche stelle gab es den megaman x8 was ich auch netz geplayt habe also war es deutlich schwieriger da muss ich hin wir schon bekommen das soll immer noch mal der einzige der fast alles gefunden hat mein hirn noch wo komme ich daheim jetzt ok so geht es auch dann da hoch dann da mein gott die level sieht es doch schon ein bisschen absurd gefühl kann man nur irgendwie nicht dass ich was dagegen hätte natürlich kann ich kaputt machen nein kann ich nicht warum nicht okay hey Hey, wie soll ich denn hier spawnen? Das hat mehr verbracht, da war doch gar nichts Boah, diese Typen, ey Au Hm, ich habe echt mich genervt, weil er da so langsam auch noch auf mich gezielt hat Wie So So, und da haben wir wieder Ventilatoren Dann zieht er voll professionell aus, was ich ja mache Aber egal Ich habe ja auch nie gesagt, dass ich ein schlechter Jump'n'Run Spiel, aber ich habe ja auch nie gesagt, dass ich ein guter bin Ja An das Denkend Äh Oh, hi Na? Ey Boah Das ist ein Goldfisch Ich möchte ihn unbedingt haben Warte mal, kann ich kaputt machen? Kann ich kaputt machen? Kann ich machen? Smash Smash? Kann ich? Boah Boah Sehr gut Oh, hi Na? Ja Wir fordere er mich nach links Sehr schön Ich denke mal so, das hat noch ein kleines Science Fiction Feeling hier, dieses Spiel zu Aliens und so Geh mich an Töten Oder sind wir hier nur In einer Welt Ich will da hoch Danke Aber man hat erstmal viele Sachen Was? Boah Nein Warum wartet eigentlich jeder immer irgendwo, wenn ich gar nicht... Und ich... Oh, hey! Oh, ja. Wie? Kannst du es wagen? Sie ist blonde, ich kann sie nicht leiden. Ich glaube Kit auch nicht. Also... Nein! Hab ich gerade Geld verloren? Nee. Quatsch. Du hast mich gerade getötet. Jetzt komm ich wieder und such dich heim. Das ist der Kreislauf des Lebens. Gut. Okay. Aber die beiden scheinen sich irgendwie zu kennen. Nehme ich an. Also... Die blonde weiß auf jeden Fall... Wie äh... Katz Media heißt. Aber vielleicht ist sie auch irgendwie bekannt. Ich freue mich. Ich nenne sie einfach die blonde, solange wir noch keinen Namen haben. So. Heiner. Boah. Und... So. Okay. Ja. Schon wieder daneben. Wahrscheinlich. What? Das ist aus wie eine Toilette im Moment. So. Ich möchte weiter nach... So. Ich möchte hoch hinaus. Wie könnte es wagen, um zu verraten, was ich für was betrage. Okay. Wie die ganzen Gesichtsausdruck hier bei ihrer Lebensbalken. Ich... 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 Das sieht so geil aus. Hm. Hier was? Nö. Okay. Ich soll nicht unbedingt irgendwie nach links und rechts springen. Das ist endloser Abiss. Ähm. Schaffe ich das? Nein. Boah. Gott sei Dank. Sehr schön. Dann sprinten wir mal dahin. Boah. Sehr nice. Boah. Sehr nice. Boah. Die will ich haben. Und hier gibt sie mehr. Danke. So. Wir sagen, am höchsten Punkt hier verabschiede ich mich dann in dieser Folge. Und ich glaube, in der nächsten Folge müssen wir das auch schaffen. Und dann beginnt das Spiel aber langsam wieder für mich an Blind zu werden. Also bis dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alle herzlich für's Zuschauen. Tschüss.